Ein wunderschönen guten Morgen! Es ist Dienstag, 18. Juli, 8.51 Uhr. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Und wir bereiten uns auf unseren DAX-Trade vor. Die Box, die Range der ersten 51 Minuten beträgt aktuell 22,3 Punkte. Wir sind wieder unter der 12.600er Marke, haben eine Kurslücke, ein Gap aktuell von gestern vom Schlusskurs. Wir werden die Box verkleinern und werden uns auf das Tief erstmal konzentrieren. Das heißt, die Linien platzieren wir nach unten auf das Tief. Und jetzt gehen wir auf eine Box. So. Etwas kleiner. So, das ist die Box. 14,79, also auf 15 Punkte würde ich sie heute legen. Wenn sich der Kurs jetzt nicht großartig verändert, würden wir Short gehen bei 12.533 Zählern im DAX. Und Long gehen wir bei 12.548. Das ist die klassische 50er Marke, die wir dann überwinden müssen. Wir haben jetzt noch 2 Minuten und 35 Minuten, bis wir dann die Order platzieren. Wir steigen ja immer 8.55 Uhr ein. Und dann melde ich mich gleich nochmal. So, wir schalten jetzt scharf. So, 9 Uhr, Markteröffnung und dann schauen wir mal, in welche Richtung der DAX marschiert. Aktuell sind wir noch nicht ausgeführt. 12.541,39 aktuell der Kurs. Ich melde mich dann kleiner mal. Wir sind im DAX Long. Es ist 9 Uhr 4, die erste 5 Minuten Kerze. Gucken wir mal, ob das jetzt hier nur ein Antäuschmanöver ist. 7 Uhr 40, unser Gewinnziellicht dort oben bei der blauen Linie bei 12.555 Zähler. Und die zweite 5 Minuten Kerze, zweite 5 Minuten Kerze in Anmarsch. 50, noch 5 Punkte fehlt uns für den Dienstag straight. Es ist 9 Uhr 5. 55, 5 Punkte noch. So, wir sind im Tret Nummer 2. Der Markt ging relativ schnell nach unten und wir sind draußen. Tret Nummer 2. Das heißt, er hat oben angetäuscht und wir sind oben unten jetzt rausgelaufen. Ich zeichne kurz den Tret mal ein. So, es ist der Tret Nummer 238. Tret Nummer 1, dann geht der Tret nach unten, hat uns geflaxt und das ist so klassisch die Swissbox-Strategie. Unser Ansatz, dann wird eine zweite Position dann eröffnet, dann sind wir Long und Short gleichzeitig mit der Gewichtung und wir gehen dann mit beiden Positionen hier raus und das mit Gewinn. Und somit zum Mauerung 238 Tret in Folge in den Gewinn. Ich wünsche euch allen einen erfolgreichen Handelstag und wir machen im Traders Club jetzt weiter. Und wenn ihr Lust habt, bis morgen. Und denkt dran, ihr könnt nochmal, ich vergesse das immer wieder, wer Lust hat, kann in unseren Live-Trading-Raum reinkommen. Einfach auf die Seite Traders Club24 gehen, sich dort registrieren oder aber auch eine Demo beantragen. Auch das einfach eine Mail schicken und dann kümmern wir uns drum. Und dann fragt ihrarıbt, bis morgen. Untertitelung des ZDF, 2020